Seit fast drei Jahrzehnten markiert der BMW M5 die sportliche Speerspitze der Fünferbaureihe. Auch die jüngste Auflage des Hochleistungssportlers zeigt sich in fast allen Belangen verbessert. Sehen Sie jetzt, was die Faszination von BMW M5 ausmacht. Der neue BMW M5 vereint wie kein anderes Fahrzeug seiner Klasse Rennsport-Know-how mit den Tugenden einer Business-Limousine. Sein Auftritt ist dabei gewohnt kraftvoll, aber nicht laut. Große Lufteinlässe in der Frontschürze, eben typische Kiemen in den vorderen Kotflügeln und Doppelentruhre zu beiden Seiten des Diffusors sind seine Erkennungszeichen. Exklusives M-Feeling mit einem souveränen Mix aus Sportlichkeit und luxuriösem Komfort bestimmen auch den Innenraum. Das Herzstück des neuen BMW M5 ist ein neu entwickelter 4,4-Liter-Achtzylinder mit M-Twin-Power-Turbotechnologie, der sagenhafte 560 PS souverän auf die Hinterachse leitet. Für die perfekte Kraftübertragung sorgen das blitzschnell agierende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und das aktive M-Differential, welches das Antriebsmoment variabel zwischen den Hinterrädern verteilt. Den Sprint von 0 auf 100 kmh absolviert der neue BMW M5 in nur 4,4 Sekunden. Tempo 200 kmh sind bereits nach 13 Sekunden erreicht. Aber nicht nur in diesem Punkt lässt die Hochleistungslimousine manch zweisitzige Konkurrenz stehen, sondern auch beim Topspeed, der abgeregelt 250 kmh beträgt. Auf Wunsch sind auch 305 kmh möglich. Bereits auf den ersten Landstraßenkilometern fällt es schwer, den Gasfuß zu zügeln, aber für das gesittete Dahingleiten genügt ein leichtes Antippen des Gaspedals. Bei weiterem Durchdrücken entfaltet der bärenstarke Bayer unverzüglich sein enormes Leistungspotenzial auf die Hinterräder. Wie weit dieses ausgeschöpft wird, hängt vom jemals gewählten Fahrmodus ab. Mit den am Lenkrad befindlichen M-Tasten können zusätzlich zwei individuell abgestimmte Setups gespeichert werden. So oder so, Fahrwerk, Kurvendynamik, Handling. Die Fahrleistungen sind in ihrer Gesamtheit phänomenal. Der neue BMW M5 präsentiert sich aber nichts nur stärker, sondern auch um 30% effizienter. 9,9 Liter pro 100 km stehen in der Werksangabe. Ein Wert, der bei gehöriger Selbstdisziplin in Kombination mit den verbauten Efficient Dynamics Features erreichbar ist. Leistungssportler, Businesslimousine, Familienauto. Die Einsatzmöglichkeiten des BMW M5 sind mannigfaltig. Der Käuferkreis bleibt mit einem Preis ab 121.950 Euro hingegen weiter exklusiv.